Wenn du auf der Suche nach einer leistungsstarken Handkehrmaschine bist, die dir die Arbeit erleichtert und für saubere Flächen sorgt, dann bist du hier genau richtig. Heute stelle ich dir 5 großartige Handkehrmaschinen vor, die sowohl für den privaten als auch den gewerblichen Gebrauch geeignet sind. Jede dieser Maschinen hat ihre eigenen Stärken und bietet dir eine effiziente Lösung, um große Flächen schnell und gründlich zu reinigen. Egal ob Hof, Gehweg oder Einfahrt, mit diesen Modellen sparst du dir jede Menge Zeit und Aufwand. Also, lass uns direkt loslegen. Beginnen wir mit der Güde GKM 700. Dieses Modell ist eine ausgezeichnete Wahl für kleinere bis mittelgroße Flächen und punktet vor allem mit seiner einfachen Handhabung und Effizienz. Mit einer Kehrbreite von 700 mm kannst du problemlos große Bereiche in kürzester Zeit reinigen. Die Maschine ist so konzipiert, dass sie selbst feinen Schmutz und Staub zuverlässig aufnimmt und in ihrem großzügigen Auffangbehälter sammelt. Ein weiteres Highlight ist die einstellbare Kehrhöhe, die es dir ermöglicht, die Maschine an unterschiedliche Oberflächen und Schmutzmengen anzupassen. Außerdem lässt sich die Güde GKM 700 leicht zusammenklappen und platzsparend verstauen. Perfekt für den privaten Gebrauch, wenn der Platz mal etwas knapp ist. Mehr Infos zum Modell und den tagesaktuellen Preis findest du in der Videobeschreibung. Als nächstes schauen wir uns die Kärcher S4 Twin an. Dieses Modell gehört zu den beliebtesten Handkehrmaschinen für den Privatgebrauch und das aus gutem Grund. Mit einer beeindruckenden Kehrbreite von 680 mm und zwei seitlichen Besen ist die Kärcher S4 Twin perfekt geeignet, um selbst größere Flächen wie Höfe oder Gehwege effizient zu reinigen. Besonders hervorzuheben ist der große 20 Liter Schmutzbehälter, der dir ermöglicht, über längere Zeit zu arbeiten, ohne ständig entleeren zu müssen. Ein weiteres Plus ist die einfache und werkzeuglose Montage. Innerhalb weniger Minuten ist die Maschine einsatzbereit. Darüber hinaus überzeugt die Kärcher S4 Twin durch ihre robuste Verarbeitung, die für eine lange Lebensdauer sorgt. Dank des geringen Gewichts und der leichtgängigen Räder lässt sie sich mühelos bewegen, was die Arbeit deutlich erleichtert. Mehr Infos zum Modell und den tagesaktuellen Preis findest du in der Videobeschreibung. Kommen wir nun zur Ryobi R18S W30, einem akkubetriebenen Modell, das besonders durch seine Flexibilität und Leistung überzeugt. Der große Vorteil der Ryobi Handcare Maschine liegt in der kabellosen Freiheit, da sie mit einem leistungsstarken Akku betrieben wird. Das bedeutet, dass du dich frei bewegen kannst, ohne auf lästige Kabel achten zu müssen. Mit einer Kehrbreite von 53 cm und einer starken Saugfunktion sorgt diese Maschine dafür, dass auch hartnäckiger Schmutz gründlich aufgenommen wird. Besonders auf gepflasterten Flächen oder im Außenbereich spielt die Ryobi R18S W30 ihre Stärken aus. Ein weiteres Highlight ist der ergonomische Griff, der für ein angenehmes Arbeiten sorgt und sich individuell an deine Körpergröße anpassen lässt. Der Schmutzbehälter lässt sich zudem mit einem Handgriff entleeren, was dir zusätzlichen Komfort bietet. Mehr Infos zum Modell und den tagesaktuellen Preis findest du in der Videobeschreibung. Weiter geht es mit der Steinbock Turbo Premium, einer Handkehrmaschine, die besonders für den professionellen Einsatz entwickelt wurde. Mit ihrer robusten Bauweise und einer beeindruckenden Kehrbreite von 80 cm ist sie ideal für große Flächen wie Parkplätze, Lagerhallen oder Industrieanlagen. Was die Steinbock Turbo Premium besonders auszeichnet, ist ihre hohe Kehrleistung auch bei grobem Schmutz. Dank des leistungsstarken Kehrsystems mit einem zusätzlichen Turbobesen kannst du selbst größere Schmutzpartikel wie Laub, Kies oder Sand mühelos beseitigen. Die Maschine ist äußerst langlebig und widerstandsfähig gegen intensive Nutzung, was sie zu einer hervorragenden Investition für Betriebe macht, die regelmäßig große Flächen zu reinigen haben. Außerdem lässt sich die Kehrmaschine einfach bedienen und der Schmutzbehälter ist groß genug, um auch bei längerem Einsatz nicht ständig entleert werden zu müssen. Mehr Infos zum Modell und den tagesaktuellen Preis findest du in der Videobeschreibung. Zum Abschluss werfen wir noch einen Blick auf die Kärcher KM7020C, ein weiteres kraftvolles Modell aus dem Hause Kärcher. Diese Handkehrmaschine ist für den professionellen Einsatz konzipiert und überzeugt durch ihre Effizienz und Bedienfreundlichkeit. Mit einer Kehrbreite von 700 mm und einem ergonomisch geformten Schubbügel ist die KM7020C perfekt für lange Arbeitseinsätze geeignet. Besonders hervorzuheben ist das Kehrsystem mit Überwurfprinzip, das sowohl feinen als auch groben Schmutz zuverlässig aufnimmt. Selbst schwer erreichbare Ecken lassen sich mit dem seitlich montierten Besen gründlich reinigen. Die Maschine ist nicht nur robust, sondern auch wartungsarm, was sie zu einer kosteneffizienten Wahl für alle macht, die eine langlebige und zuverlässige Lösung suchen. Zudem punktet die Kärcher KM7020C mit ihrem besonders großen Schmutzbehälter, der sich einfach entleeren lässt. Mehr Infos zum Modell und den tagesaktuellen Preis findest du in der Videobeschreibung. Kommen wir abschließend zum Fazit. Die Güde GKM700 ist eine hervorragende Wahl für alle, die eine kompakte und benutzerfreundliche Handkehrmaschine suchen, ideal für kleinere bis mittelgroße Flächen. Die Kärcher S4 Twin überzeugt durch ihre robuste Bauweise und den großzügigen Schmutzbehälter, der das Arbeiten auf größeren Flächen mühelos macht. Die Ryobi R18SW30 punktet mit ihrer akkubetriebenen Flexibilität und ist besonders geeignet für Außenbereiche, wo kein Stromanschluss in der Nähe ist. Die Steinbock Turbo Premium ist die perfekte Lösung für professionelle Anwender, die große Flächen und groben Schmutz effektiv beseitigen müssen. Schließlich bietet die Kärcher KM7020C eine leistungsstarke und ergonomische Lösung, die sich sowohl für den privaten als auch gewerblichen Gebrauch eignet und mit ihrem effizienten Kehrsystem überzeugt. Egal für welches Modell du dich entscheidest, mit diesen Handkehrmaschinen wird die Reinigung großer Flächen zum Kinderspiel. Jede Maschine bietet dir spezifische Vorteile, von leichter Handhabung bis hin zu professionellen Lösungen für den gewerblichen Einsatz. Und nicht vergessen, schau dir gerne die tagesaktuellen Preise, Kundenbewertungen und weitere Infos über die Links in der Videobeschreibung an.